Die Insel Diego Garcia Mitten im Indischen Ozean, bei 7 Grad südlicher Breite, liegt die Insel Diego Garcia. Von dort aus sind es weniger als 2000 Kilometer bis nach Indien, 3500 Kilometer bis nach Afrika und Indonesien, 4500 Kilometer bis zum Persischen Golf und 5000 Kilometer bis zur Westküste Australiens. Dieser zentralen Lage verdankt die Insel ihre große Bedeutung. Diego Garcia gehört zum Chagos-Archipel und ist eine sogenannte Koralleninsel. Das 40 Quadratkilometer Atoll ist die größte der Chagos-Inseln und erkennbar an seiner Hufeisenform. Die Insel war unbewohnt, als sie portugiesische Seefahrer auf dem Weg nach Indien zu Beginn des 16. Jahrhunderts entdeckten. Woher ihr Name stammt, weiß man nicht genau. Von dem Seefahrer Diego Garcia, von dem allerdings keine Reisen im Indischen Ozean überliefert sind? Oder von dem Seefahrer Diego und dem Kapitän Garcia, die die Insel gemeinsam entdeckt haben wollen? Oder hat da ein Kartograf aus dem Namen des Kapitäns Dom Garcia, irrtümlicherweise Diego Garcia, gemacht? Genau weiß man es nicht. Im Übrigen ist der Name das Einzige, das von den portugiesischen Entdeckern übrig geblieben ist. Denn bald stritten sich Frankreich und England auf der Suche nach Stützpunkten für den Seeweg nach Indien im 18. Jahrhundert um die Insel. Frankreich war bereits weiter südlich auf der Ile de France und der Ile Bourbon präsent, den heutigen Inseln Mauritius und Réunion. Da die Insel weit ab lag, diente sie den Bewohnern der Ile de France zunächst als aussätzigen Insel. Ende des 18. Jahrhunderts entstanden dann die ersten Kokospalmenplantagen. 1814 wurde Diego Garcia britisch. Der Kokospalmenanbau wurde intensiver betrieben und es wurden Ölmühlen vor Ort eingerichtet. Nach der Eröffnung des Suezkanals Ende des 19. Jahrhunderts entstanden dann Kohlebunker für die Dampfschiffe auf dem Weg von Großbritannien nach Australien. Im Zweiten Weltkrieg errichtete die Royal Air Force einen Stützpunkt und eine Einheit Marineinfanteristen sollte die japanische Marine auf Distanz halten, die bereits mehrere Schiffe ihrer Majestät versenkt hatte. Und nach dem Zweiten Weltkrieg begannen sich schließlich die USA für das winzige Eiland zu interessieren. Auf der Karte ist deutlich zu sehen, dass Diego Garcia in etwa gleicher Entfernung von Afrika, Australien, den indonesischen Meerengen und dem persischen Golf liegt. Die Insel liegt also auf dem Weg von den Erdölproduzierenden Ländern des Nahen und Mittleren Ostens, nach Europa und Amerika und das Kap der guten Hoffnung und nach Asien durch die indonesischen Meerengen. Auf dieser Strecke verkehren die Supertanker, die zu groß sind, um den Suezkanal zu durchfahren. Erst mit dessen Schließung während der Suezkrise von 1956 wurde den USA klar, wie wichtig diese Route war. Und in den 60er Jahren begann sich die US-Armee nach einem Stützpunkt in der Region umzusehen. Großbritannien gliederte daraufhin aus seiner Kolonie Mauritius die Chagos-Inseln aus, bildete 1965 das British Indian Ocean Territory und schloss am 30. Dezember 1966 mit den USA einen Pachtvertrag ab, der über 50 Jahre läuft und um 20 Jahre verlängert werden kann. Die USA durften auf dem Atoll Diego Garcia eine Abhör- und Kommunikationsanlage errichten und Großbritannien erhielt dafür zu einem sehr günstigen Preis Polaris-Raketen. Mit der Zuspitzung des Kalten Krieges änderte sich dann die Rolle Diego Garcias. Ende der 60er Jahre verstärkte die Sowjetflotte ihre Präsenz im Indischen Ozean. Der indisch-sowjetische Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit ermöglichte der sowjetischen Marine 1971 die Nutzung der Häfen von Oka und Vichakar Patnam sowie Port Blair auf den Andamanen. Die UdSSR verfügte über Stützpunkte im Südjemen und in Somalia und die sowjetische Präsenz verstärkte sich in den 70er Jahren durch die wachsende Anzahl pro-sowjetischer Regime, 1975 in Mosambik und 1976 in Äthiopien und natürlich durch den Einmarsch in Afghanistan Ende 1979. Angesichts dieser Situation beschlossen die USA mit britischem Einverständnis die Einrichtung einer Militärbasis auf Diego Garcia. Sie entwickelte sich allmählich zu einem hochmodernen Stützpunkt für Seeluftstreitkräfte, in dessen Hafen auch Flugzeugträger ankern können. Die Bewohner der Chagos-Inseln, etwa 1400 Nachfahren afrikanischer Sklaven, wurden auf die Seychellen und ins kurz zuvor unabhängig gewordene Mauritius ausgewiesen. Der Regierung von Mauritius wurde eine Entschädigung für ihre Ansiedlung zugesagt. Aber das Geld floss nur spärlich und die Bewohner der Chagos-Inseln, die zumeist Analphabeten waren und nur kreolisch sprachen, landeten schließlich in den Slums von Port Louis. Als die Militärbasis auf Diego Garcia in Betrieb genommen wurde, erfüllte sie zwei Aufgaben in der amerikanischen Verteidigungsstrategie. Erstens sollte sie den strategischen Rückschlag ausgleichen, den die Amerikaner 1979 durch den Sturz des Schars von Persien erlitten hatten, eines ihrer Verbündeten in der Region. Zweitens sollte der Zugang zum Erdöl im Nahen und Mittleren Osten gewährleistet werden. Denn auf der Karte wird deutlich, dass die USA von Diego Garcia aus überall in der Region intervenieren können. Von dort aus gelangt man mit dem Schiff in drei bis vier Tagen nach Indien und zur Straße von Malacca, in fünf bis sechs Tagen zur Straße von Hormuz und an die Westküste Australiens und in sieben Tagen zum Kapp der guten Hoffnung. Wie funktioniert nun solch ein wichtiger Stützpunkt? Die Koralleninsel Diego Garcia ist in Nord-Süd Richtung 25 Kilometer lang. Die Militärbasis am Eingang zur Lagune verfügt über einen geschützten natürlichen Hafen, denn die Lagune ist nur nach Norden hin offen. Die Wassertiefe beträgt 31 Meter und die Lagune ist bis zu 10 Kilometer breit. Sie kann von Schiffen und Atom-U-Booten angelaufen werden. Weiter südlich befindet sich eine Start- und Landebahn, auf der B-52 Bomber und AWACS-Flugzeuge landen können und noch weiter südlich befinden sich die Munitionslager. Außerdem befindet sich auf Diego Garcia ein Geo-DSS, Weltraumbeobachtungszentrum. Insgesamt arbeiten dort etwa 3500 Personen für die amerikanische Armee, Militär und Zivilpersonal. Dazu kommen etwa 50 Briten, denn die Insel gehört nach wie vor zu Großbritannien. Sie kümmern sich um die Zivilverwaltung, den Zoll auf dem Flughafen, sowie um die Sicherheit und den Naturschutz auf der Insel. Und obwohl der Kalte Krieg 1989 zu Ende gegangen ist, nimmt Diego Garcias Bedeutung für das amerikanische Militär immer weiter zu. Im Golfkrieg von 1991 wurden von hier aus die Bombenangriffe auf den Irak im Rahmen der Operation Desert Storm geflogen. Diego Garcia diente den Flugzeugen als Ausgangs- und Nachschubbasis. Daher auch die Bezeichnung Super-Flugzeugträger. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 diente die Insel den USA in ihrem Aufmarschplan im Indischen Ozean als Brückenkopf im Krieg gegen das Taliban-Regime. Von hier aus waren es etwa sechs Flugstunden für die B-52, die die Verstecke der Al-Qaida-Kämpfe bombardierten. Wenn wir nun auf der Weltkarte die Krisen und Konflikte in diesem Teil der Welt einzeichnen, wird die Bedeutung Diego Garcias für die Strategie der Vereinigten Staaten deutlich. Im Kampf gegen den Terrorismus ist das Atoll wichtig für die unsichere Lage im Irak, in Afghanistan, in Kaschmir, sowie im weiteren Zusammenhang in Sri Lanka, in Somalia und in der Region der ostafrikanischen Seen. Deshalb werden die USA ihren einzigen Stützpunkt im Indischen Ozean kaum aufgeben wollen. Außerdem ist die Insel unbewohnt. Die USA wollten im Umkreis ihres Stützpunkts keine Anwohner, denn die hätten unter kommunistischen Einfluss geraten können. Deshalb wurden die Bewohner von Diego Garcia in den 70er Jahren ausgewiesen. Was ist aus ihnen geworden? Die 8500 Nachfahren der nach Mauritius ausgewiesenen Bewohner der Chagos-Inseln gingen in London vor Gericht und bekamen im Jahr 2000 Recht. Der oberste Gerichtshof Großbritanniens erkannte die Ausweisung als illegal an. Den Bewohnern der Chagos-Inseln wurde die britische Staatsbürgerschaft zuerkannt, sie sind also EU-Bürger, sowie ein Recht auf Rückkehr und finanzielle Entschädigung. Inzwischen klagen sie auch gegen die amerikanische Regierung, die sich logischerweise ihrer Rückkehr widersetzen wird, zumindest solange der Stützpunkt weiterhin so gut in ihr strategisches Konzept passt. Wie gesagt, läuft der Pachtvertrag im Jahr 2016 aus, Um die weitere Entwicklung zu verfolgen, schlage ich ihnen deshalb vor, dass wir uns im Jahr 2017 wieder damit beschäftigen. Ich möchte Ihnen eine neue geopolitische Zeitschrift vorstellen, die Revue Française de Géopolitique vom Verlag Ellipse. In der ersten Ausgabe geht es um die Geopolitik der Vereinigten Staaten. Auf unserer Homepage finden Sie wie immer einige Links zum Thema unserer heutigen Sendung. Die Adresse lautet www.arte-tv.com-mok bzw. mit offenen Karten in einem Wort. Außerdem erscheint im April die dritte DVD unserer Sendung, erstmals auch in deutscher Sprache, mit dem Titel Europa eine Alternative. Die erste handelte von Geopolitik und Religion, die zweite von der Gefährdung unseres Planeten und die dritte von der EU und ihren Randgebieten. Sie erscheint im April 2004. Sie erscheint im April 2004.